hallo und herzlich willkommen zum neuen video am samstag 17 dezember 2022 wir öffnen auch heute das türchen vom adventskalender und wo wir schon mal da sind da ist die 17 da kommt jetzt schokolade raus und es ist ein lkw zu sehen beim zweiten penny adventskalender da gibt es eine kleine panne da ist zwar die 17 aber irgendwie fehlt schon die schokolade wenn dann wäre es wohl der mond gewesen deswegen gehen wir gleich rüber zu dem speziellen kalender das ist nämlich hier der minions den sowohl im penny als auch mal die gab ich ihn aber im penny geholt habe und jetzt schauen wir mal wo das türchen ist habt ihr es gesehen da ist die 17 so man kann es nicht richtig erkennen ich lasse es mal so dahingestellt sein bei dem kaufland adventskalender weiter runter gehen dann ist es da an der stelle so man erkennt schon die stern schnuppe so wird sie dann aussehen bei dem häusland wenn es geländern müssen wir hier runter gehen da ist die 17 naja also ein bisschen komisch ist es schon aber es kommt ein schwein raus würde ich mal sagen oder nason ist es nason so jetzt hier tatsächlich aus dem all die adventskalender kommt jetzt was und damit sage ich mal bitte leicht das video lassen aber da wir sehen uns dann morgen am 4. advent ok kleiner nachtrag hier ist ein kleiner fehler unterlaufen am vortag von nikolaus da die 5 die hätte aufgemacht werden müssen und nicht die 17 und es kam dann engel zum vorschein